Meine Damen und Herren und liebe Freunde, es ist fast 30 Jahre her, dass ich mich in einer ähnlichen Lage befand wie heute Professor Max Bill, gelegentlich der Eröffnung des selbstentworfenen Bauhausgebäudes in Dessau, das war im Jahre 1926. Aber meine innere Anteilnahme an dieser heutigen Feier geht viel weiter, denn die im Bauhaus einst begonnene Arbeit und seine Grundidee hat hier in Ulm eine neue deutsche Heimat und die organische Weiterentwicklung gefunden. Wenn das Institut seiner geistigen Aufgabe treu bleibt und wenn die politische Entwicklung der Zeit stabiler sein wird als in der Zeit des Bauhauses, dann kann die künstlerische Ausstrahlung der Hochschule für Gestaltung über die Grenzen Ulms und Deutschlands hinausgehen und die Welt von der Notwendigkeit und Bedeutung des künstlerischen Menschen für das Gedeihen echter fortschrittlicher Demokratie überzeugen. Darin sehe ich seine große erzieherische Aufgabe. In unserem Zeitalter der Wissenschaft wurde der Künstler ja fast vergessen, oft sogar verlacht und in seinem wahren Wesen unterschätzt, als wäre er nur ein entbehrliches Luxusmitglied der Gesellschaft. Welche zivilisierte Nation fordert heute noch schöpferische Kunst als einen wesentlichen Bestandteil ihres Volkslebens? Deutschland hat die große kulturelle Chance, in echter Abfolge seiner eigenen Geschichte bewusst wieder die Bedeutung des Magischen gegenüber dem Logischen unserer Zeit zu betonen, das heißt, den Künstler wieder zu legitimieren und in den modernen Produktionsprozess leitend einzubauen. Die Hypertrophie der Wissenschaften hat ja das Magische in unserem Leben verdrängt. Der Poet und der Prophet wurden zu Stiefkindern des überpraktischen Zweckmenschen infolge des beispiellosen Siegelszuges der logischen Wissenschaft. Ein prägnantes Wort von Einstein beleuchtet das Ergebnis dieser einseitigen Entwicklung in sechs Worten. Vollendete Werkzeuge, aber verworrene Ziele kennzeichnen unsere Zeit. Das geistige Klima, das noch zu Ende des 19. Jahrhunderts vorherrschte, hatte noch einen mehr oder weniger geschlossenen, statischen Charakter, getragen von einem anscheinend unwandelbaren Glauben an die sogenannten ewigen Werte. Dieser Glaube ist dem neuen Begriff von einer Welt der unaufhörlichen Wandlung, der Relativität aller Phänomene gewichen. Die hieraus resultierenden tiefen Veränderungen des Lebens haben meist während des letzten halben Jahrhunderts industrielle Entwicklung stattgefunden und in dieser kurzen Zeitspanne eine umfassendere Umwandlung aller menschlichen Lebensbedingungen bewirkt als die Summe der Geschehnisse aller Jahrhunderte seit Christi Geburt. Dieses Wirbelwindtempo hat viele Menschen in einen Zustand unglücklicher Verwirrung gebracht, hat viele Nerven zerrüttet und die natürliche Trägheit des menschlichen Herzens kann diesem Tempo eben nicht standhalten. So müssen wir uns gegen die Erschütterungen wappnen, die unvermeidlich sind, solange die Lawine wissenschaftlicher und philosophischer Erkenntnis so schnell mit uns dahin rast. Was wir offensichtlich am dringendsten brauchen, um unsere wackelige Welt zu stützen, ist eine Neuorientierung auf der kulturellen Ebene. Ideen sind allmächtig. Die geistige Richtung der Menschheitsentwicklung ist immer durch den Denker und den Künstler maßgeblich beeinflusst worden, deren Schöpfungen jenseits logischer Zweckmäßigkeit stehen. Ihnen müssen wir uns immer wieder zuwenden, denn ihr Einfluss kann nicht wirksam werden, wenn das Volk indolent und unempfänglich nicht auf sie lauscht. Nur wo die Menschen spontan den Samen meiner neuen eigenen Kultur empfingen, konnte sich dieser verbreiten und verwurzeln. Nur wo schließlich jede Facette des öffentlichen Lebens von den neuen schöpferischen Kräften bestimmt wurde, konnte sich eine einheitliche, der Echtheit des sozialen Gefüges entsprechende Gesellschaftshaltung entwickeln, die so unentbehrlich für kulturelles Wachstum ist. Noch vor wenigen Generationen war unsere Gesellschaft tatsächlich eine ausbalancierte Einheit, in der jedermann seinen Platz fand und eingewurzelte Gebräuche ihre selbstverständliche Geltung hatten. Kunst und Architektur entwickelten sich organisch und in langsamem Wachstum als anerkannte Zweige der Kultur. Die Gesellschaft war noch ein Ganzes. Dann, mit dem Beginn des Zeitalters der Wissenschaft mit der Entwicklung der Maschine, zerbröckelte die alte Gesellschaftsform. Die Werkzeuge der Zivilisation wuchsen uns allmählich über den Kopf. Anstatt durch moralische Initiative zu führen, entwickelte der moderne Mensch eine Gallup-Poll-Mentalität, die sich mechanistisch auf Quantität statt auf Qualität stützt und nur dem Zweckmäßigen dient, anstatt ein neues geistiges Vertrauen aufzubauen. Selbst diejenigen, die sich gegen diese Einseitigkeit und Entgeistigung des Lebens stellten, wurden oft völlig missverstanden und gerade dessen verdächtigt, was sie beschlossen hatten, zu bekämpfen. Darf ich dies im Hinblick auf diese Hochschule mit meinen eigenen Erfahrungen illustrieren? Nicht nur im Bauhaus, sondern während meines ganzen Lebens habe ich mich persönlich gegen den Vorwurf einseitigen Rationalismus wehren müssen. Sollte nicht allein die Wahl meiner Mitarbeiter am Bauhaus und ihre intuitiven Künstlerqualitäten mich für diese Missdeutung bewahrt haben? Aber nein, auch Le Corbusier verfiel demselben falschen Verdacht, weil er das Schlagwort von der Wohnmaschine prägte. Kann man sich aber einen Architekten von größerem Umfang, von stärkerer Magie vorstellen als ihn? Trotzdem wurde ein falsches Porträt der Pioniere der modernen Bewegung entworfen, das sie als fanatische Anhänger starrer mechanistischer Prinzipien zeigte, die die Maschine verherrlichten und im Dienst der neuen Sachlichkeit, wie es hieß, gleichgültig gegen tiefere menschliche Werte geworden seien. Da ich selbst zu diesen Ungeheuren gehöre, staune ich nachträglich darüber, wie wir es fertiggebracht haben sollen, auf einer so kümmerlichen Basis zu existieren. In Wirklichkeit stand natürlich das Problem der Vermenschlichung der Maschine und der Suche nach einer neuen Lebensform im Vordergrund, die auch diese Schule bewegt und sie ähnliche Kämpfe kosten wird wie das Bauhaus. Um neue Mittel in den Dienst menschlicher Zwecke zu stellen, machte das Bauhaus damals den Versuch, praktisch zu demonstrieren, was es predigte, und ein neues Gleichgewicht zu finden zwischen den praktischen und den ästhetisch-psychologischen Ansprüchen der Zeit. Ich entsinne mich der Vorbereitung für unsere erste Ausstellung im Jahre 1923, sehr verwandt zu dem, was ich in den letzten zwei Tagen hier gesehen habe, die Vielseitigkeit unserer Auffassung zeigen sollte. Ich hatte hier den Namen Kunst und Technik eine neue Einheit gegeben, was ja nicht gerade nach mechanistischer Auffassung klingt. Funktionalismus war für uns nicht gleichbedeutend mit rationellem Vorgehen allein. Er umfasste ebenso die psychologischen Probleme. In unserer Vorstellung sollte die Gestaltung im physischen wie im psychologischen Sinne funktionieren. Wir waren uns klar darüber, dass emotionelle Bedürfnisse ebenso zwingend sind wie praktische und ebenso nach Erfüllung verlangen. Aber die Idee des Funktionalismus wurde und ist noch heute missdeutet von denjenigen, die nur seine mechanistische Seite sahen. Natürlich waren die Maschinen und die neuen wissenschaftlichen Möglichkeiten von höchstem Interesse für uns. Aber die Betonung lag weniger auf der Maschine selbst, als ob dem Wunsch, sie intensiver dem Leben dienstbar zu machen. Zurückblickend muss ich sagen, dass unsere Generation sich eher zu wenig als zu viel mit der Maschine auseinandergesetzt hat und dass die neue Generation erst sie sich ganz zum willigen Gestaltungswerkzeug machen muss, um geistig triumphieren zu können. Alle Fragen der Schönheit, der Form sind solche einer psychologischen Funktion. In einer universalen Kultur gehören sie untrennbar zum gesamten Produktionsprozess, für den täglichen Gebrauchsgegenstand wie für den großen Bau. Während es die Aufgabe des Ingenieurs ist, die technisch funktionierende Konstruktion zu finden, sucht der Architekt, der Künstler nach dem Ausdruck. Er bedient sich dazu der Konstruktion, aber erst jenseits des technischen, logischen offenbart sich das magisch-metaphysische seiner Kunst, wenn er überhaupt die Gabe zu optischer Dichtung besitzt. Angeborenes Talent muss erst durch schöpferische Erziehung freigemacht werden. Erziehung bedeutet nicht viel, wenn wir darunter nur die Aneignung von Kenntnissen verstehen. Intensität der Überzeugung und Gesinnung, ebenso wie die Bereitwilligkeit dem Ganzen zu dienen. Erziehung der Sinne, nicht nur des Verstandes, sind die wesentlichen Ziele. Alle professionelle, technische und wissenschaftliche Information muss sich der Erziehung zur Gesinnungshaltung unterordnen. Ein fruchtbares Mittel, die natürliche Anmaßung, deren Gefahren wir ja alle begegnen, abzulegen, ist die Arbeit den Teams, in der die Mitglieder lernen, die Sache dem eigenen Interesse überzuordnen. Und hierdurch wird der Entwerfer zu einer Haltung vorbereitet, die ihn in den Stand setzt, später Mitglied des Produktionsteams in der Industrie zu werden, gleichberechtigt mit dem Kaufmann, dem Wissenschaftler, dem Ingenieur und voll verantwortlich für die Formentwicklung, für den Ausdruck des Produkts oder des Bauwerks. Ich schließe nämlich den Architekten, der manchmal noch zu unbeweglich auf seinem alten Backsteinhaufen sitzt und Gefahr läuft, seine Chancen innerhalb der industriellen Produktion zu verlieren, in diesen Teamvorschlag ein. Er muss sich auch hineinbegeben. Wenn wir den Produktionscharakter der heutigen Arbeitswelt analysieren, so finden wir ähnliche Gegensätze am Werk wie im Kampf des Individuums gegen den Massengeist. Im Gegensatz zum wissenschaftlichen Prozess mechanisierter Vervielfältigung durch die Maschine, wir sprechen heute von Automation, besteht die Arbeit des Künstlers in einer unvoreingenommenen Suche nach Lösungen, die uns die Phänomene des täglichen Lebens symbolisieren. Seine Arbeit ist grundlegend wichtig für eine echte Demokratie und für eine Vereinheitlichung der Zielsetzung, denn er ist der Prototyp des universalen Menschen. Seine intuitiven Eigenschaften retten uns vor der Gefahr der Übermechanisierung. Mechanisierung ist bestimmt kein Selbstzweck, sonst wäre sie nur ein Unglück, das das Leben seiner Fülle und Vielfalt berauben und die Menschen zu Automaten verkümmern lassen würde. Breite, weitsichtige Erziehung muss den Weg weisen für die richtige Art der zukünftigen Zusammenarbeit zwischen dem Künstler, dem Wissenschaftler und dem Geschäftsmann. Nur zusammen können sie einen Produktionsstandard entwickeln, der den Menschen zum Maß hat, das heißt, der die Imponderabilien unseres Daseins ebenso ernst nimmt wie physische Bedürfnisse. Ich glaube an die wachsende Bedeutung der Arbeit in Teams für die Vergeistigung des Lebensstandards in der Demokratie. Zwar entzündet sich der Funke des Einfalls, der einem Werk erst das Leben verleiht, im schöpferischen Individuum, aber in enger Arbeit, zusammen mit anderen im Team, im gegenseitigen Ideenaustausch und angespornt durch das Feuer der Kritik, ergeben sich die größten Resultate. Gemeinsamkeit der Arbeit für ein hohes Ziel begeistert und steigert die Intensität aller daran Beteiligten. Ich möchte Frau Inge Scholl, Professor Bill, der Fakultät und der Studentenschaft wünschen, dass sie in sich die schöpferischen Kräfte zu mobilisieren vermögen, die notwendig sind für die Idee der Einheit, eine Gruppe aufzubauen, die sich gegenüber allen Herausforderungen behaupten und den unvermeidlichen Kämpfen das hohe Niveau halten kann, das sie sich gesteckt hat, nämlich nicht einem Stil nachzujagen, sondern das Experiment zu pflegen, in ständiger Haltung des Suchens nach neuem Ausdruck, nach neuer Wahrheit. Ich weiß sehr wohl, wie schwer es ist, diese Linie zu halten, wenn ihnen wieder und wieder das Formprodukt von Gewohnheit und Beharrungsvermögen als Wille des Volkes vorgehalten werden wird. Experiment braucht absolute Freiheit und Stützung durch weitsichtige Behörden und Private, die den oft schwer verständlichen Geburtswehen des Neuen wohlwollend zusehen. Gebt der Hochschule für Gestaltung Zeit, sich in der Stille zu entwickeln. Sie brauchen Jahre dafür. Ich weiß, wie wir im Bauhaus darunter gelitten haben, dass jedes bisschen Produktion hervorgezerrt wurde. Es war nicht gut. Eine organische Kunst verlangt ständige Erneuerung. Die Geschichte zeigt, dass sich die Vorstellung von der Schönheit mit der Entwicklung des Geistes und der Technik ständig gewandelt hat. Immer wenn der Mensch glaubte, ewige Schönheit gefunden zu haben, verfiel eine Nachahmung und Unfruchtbarkeit. Echte Tradition ist das Ergebnis ungebrochener Entwicklung. Ihre Qualität muss, um den Menschen als unerschöpflicher Anreiz zu dienen, dynamisch, nicht statisch sein. Es gibt in der Kunst nichts Endgültiges. Nur beständigen Wandel, Hand in Hand. Wir präsenten Wandel, Hand in Hand – Vielen Dank.